Mike Pence ist an seinem 64. Geburtstag in das Rennen um die US-Präsidentschaft im kommenden Jahr eingestiegen. Den Wahlkampf startete der Ex-US-Vizepräsident mit einem Angriff auf seinen ehemaligen Chef Donald Trump. Niemand, der sich über die Verfassung stelle, dürfe Präsident der Vereinigten Staaten werden, sagte der Republikaner am Mittwoch im Bundesstaat Iowa. Trump habe am 6. Januar 2021, dem Tag der Kongresserstürmung, seine Familie und die Menschen im Kapitol gefährdet. Aber das amerikanische Volk verdient es, zu erfahren, dass Präsident Trump an diesem Tag von mir verlangt hat, zwischen ihm und der Verfassung zu entscheiden. Die Wähler werden jetzt mit der gleichen Frage konfrontiert. Ich habe mich für die Verfassung entschieden und werde das auch immer tun. Der Vizepräsident hatte sich als Vorsitzender des Senats geweigert, die Zertifizierung des Wahlsiegs von Joe Biden zu stoppen. Viele Anhänger von Trump sehen dies als Verrat. Trump selbst warf ihm Feigheit vor. Es ist in den USA äußerst ungewöhnlich, dass ein ehemaliger Vizepräsident gegen sein Ex-Chef antritt. Der erzkonservative Pence stand während Trumps umstrittener Präsidentschaft treu an dessen Seite. Seit der Erstürmung des Kongresses hat er sich zunehmend von Trump distanziert. Der jüngsten Reuters-Ipsos-Umfrage vor Mai zufolge liegt Pence bei 5 Prozent und damit 44 Prozentpunkte hinter Trump. Die Präsidentschafts- und Kongresswahlen finden im November 2024 statt. In den Monaten zuvor werden die Kandidaten der jeweiligen Parteien durch umfangreiche Vorwahlen bestimmt.